Ganz wichtig ist, dass die Steiermark natürlich ihren Platz in Europa findet, was ja auch wirtschaftlich sehr gut getan hat. Wir sind ja auch Österreich Exportweltmeister und als solches ist es ganz wichtig, dass wir genau diese Vorteile in Europa nutzen und auch unsere Produkte und Dienstleistungen in den europäischen Raum exportieren.